und damit willkommen zurück zu einer weiteren episode von baldur's geht ja letzte episode war ein bisschen eine katastrophe hoffe wir mal die episode wird besser ich habe die stiefel gefunden zumindest auf der medikarte das ist da oben also wenn wir hier mal rauf gehen und mal schauen wir diese begegnung wird hoffentlich ohne einen kampf was ist hier los don't her condition is familiar poison derived from a wild weed common to the underdark she'll need an antidote soon most likely held by the poisoner ja ja wenn es so einfach ist gut dann hätten wir das auch und wer ist jetzt der könig ist er der könig ich kann es nicht sprechen was ist die krecher die sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet a droning melody greets you as the creature turns its gaze to you flesh talker i show you a memory watch and listen die sovereign's song slows to the pace of a dirge it is still in a droning we laid waste to many but intruders remain lakeward the sovereign's song halts as it measures your worth i sense your resolve you will find dwergar invaders near lakes edge cleanse the rot destroy them dwergar invaders huh i'd like to hear their side of the story first but alright ja die angreifen ist aber vermutlich nicht das glückste wir wissen dass wir das auf dem schiff dann auch noch begegnen wir wissen es aber vermutlich noch nicht was passiert ist ja deep purples swirl into familiar shapes gnomes in mining gear chased by dwergar the dwergar seeker gnome it is a guest hmmm ja sovereign says nothing but you hear appreciation in its song also habt ihr euch dann indirekt eingemischt ähm zu einer Hölle habt ihr mit der Weiche gemacht we breathe life into our enemies flesh the dead make a fine host for my growing children if i die down here destroy my corpse don't worry i wouldn't hesitate ha 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 äh hm nein das mach ich nicht und das will ich auch gar nicht Ich spiel mal mit. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich tun werde. Magische und geistige Richtung. Du machst den Zirkel als Service. Wir werden erwarten. Oh. Und da hat er sich verwandelt. Na gut. Wir gehen dann mal. Boah, sie hat sich auch verwandelt. Aber ich glaube, die waren recht stark. Und wir brauchen... Fleshwalker. Tongue-talker. Far you've come. Reach into memory. Tell me of home. Ja. Es ist böse, aber geil. Ja. Wenn dein Före wird dein Freund, dann werde ich ihn erheben. Du kannst ihn erheben. Ja, gut. Alles klar. Wir haben jetzt auch ihn dabei. Wir gehen jetzt da nochmal weiter runter und machen eine Long Rest. Beziehungsweise wir sollten vielleicht kann ich mit dem ins Lagern jetzt einen Long Rest machen. Das was wir tun, die Gruppen mal kurz aufteilen. Kannst du mal vorgehen? Ich möchte mir nochmal wissen, wie die so drauf sind. Level-technisch und HP-technisch. Wo sind sie denn? Irgendwo da unten. Ah, da steht schon einer. 30, 62. Sind das nur die 2? Sieht zwar aus, als wären das nur die 2. Wo wären. Wirklich nicht mehr. Nee. Okay, das könnte man schaffen. Alles klar. Dann gehst du mal wieder zurück zur Gruppe, die irgendwo da ist. Glaube ich. Ja, hier oben. Na gut. Ja, okay. Das sollten wir schaffen. Gruppe hierhin. Und Long Rest. Und ich hoffe, ich mache bei der Long Rest nicht wieder jemanden kalt. So, Short Rest haben wir nicht. Also, zum Lager. Und. Wo ist der ganze Rest? Moment mal. Lager verlassen. Eigentlich könnte ich so das Lager als Zwischending nutzen. So. Long Rest. Alle da? Sehr gut. Komische Typ auch da? Na, sieht nicht so aus. Ist es immer noch da? Okay. Tag beenden. Yes. Ähm. Tag beenden. Jemand im Lager hat Gesprächsbedarf. Wer denn? Ähm. Ist jetzt zumindest keine Bubble? Ich will gleich schlafen. Ja. Auto auswählen. Und dann brauchen wir ein paar Vorräte. Los geht's. Bitte bring keinen um. Bitte bring keinen um. Bitte. Ich weiß nicht. Ähm. Ähm. Was für ein Monster sind wir wohl? Mach keinen Scheiß. Bitte. Oh. Oh. Was ist zum? Scheleritas Fell Your loyal And ever-adoring Butler I followed you, my dear Rotted Master We have been parted so tragically long Um, yeah My lordly reprobate I missed you ever so I found you Following the stench of that bard She reeked across the coast Like a piece of dog muck on the road Such fine work Could never be done By a wretch like me Anyways I come once again Bearing a part of your Dreadful inheritance Kannst du auch ein bisschen was Über meine Vergangenheit erzählen? You earned this iniquitous prize Through your great show of Exceptional violence the other night I'm sure Master will be better soon A fellow of your Fine breeding is never down for long I cannot wait until your next act of Shameless barbarity Ähm Ja Wieso? Welche Obrigkeit? Okay Ich hab noch ein bisschen mehr Fragen Aber ich find's auch irgendwie spannend Und was hab ich da jetzt grad gekriegt? Ähm Mantel des Todesbooten Wo ist das? Eines wird dem Schatten einmal pro Zug gilt Wenn du einen Gegner tötest Hüllst du dich in unzumelte Dunkelheit Und wirst zwei Züge lang unsichtbar Yes Please Oh Das wird ja immer spannender Oh Das sieht ja noch geil aus Ich liebe das Oh Wie geil Wir waren der böse Lord Okay Lager verlassen So Und jetzt müssen wir das hier irgendwie strategisch machen Ähm Du Geh mal da runter Du Gehst auch da runter Und du auch Und wir selber bleiben oben Wie machen wir das jetzt am blödesten? Du komm mal da hin Das kann ja nicht sein, dass wir da nur zwei Gegner haben hier Okay komm Du bleibst da Und wirst dich mal Ähm Kuppenverstecken Scheint aber halt wirklich so zu sein, ne? So Du Okay Das war jetzt gerade ein bisschen schräg Du kommst auch mal her Wir werden mal kurz die andere Seite prüfen Und zwar Hier Ach du Scheidige Da hinten ist ja auch noch was Irgendwas rotglühendes Ist doch hinten jemand Scheint nicht der Fall zu sein Du dich mal verstecken Gut Äh Weißt du was? Du gehst nach da oben Du junge Dame Wo werde ich dich hinpacken? Wir bleiben dann generell so ein bisschen hier oben Okay Nein, 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 nein Du bleibst da oben, habe ich gesagt Du Wirst dich verstecken Sehr gut Bist auch versteckt Du Du Wirst Mich werfen Verstecken bitte Und jetzt Kommen wir Gut Mein Kollege Mein Spurenfreund Lass uns die da unten mal aufmischen Am besten Machen wir das natürlich auch Versteckt Äh Werfen Verstecken Sehr gut Gehe ich erstmal mit Stufe 1 rein Level 30 Oh scheiße Das sind ein paar mehr Die ich jetzt übersehen habe Oh Okay Oh scheiße Und Tote Ähm Was kannst du machen? Mehrfachangriff Das geht bei dir nicht Äh Scheiße Dreck Kommt da auch nicht Ja Soviel zur Hilfe Okay Wir müssen ein bisschen mehr zwirbeln Zeichen der Jäger Hohe Verteidigung Okay Das hat funktioniert So Ähm Wir Müssen hier mal richtig schön rein zwirbeln Scheiße Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ähm Das mit den Untoten ist jetzt ziemlich uncool So Einmal das bitte Und dann schauen wir mal Äh Das kann ich nicht machen Das kann ich nicht machen Dann machen wir halt das Yes Und ist tot Wir gehen da rein Was machen wir mit dir Was machen wir mit dir Das ist ein Nahkampf Kommst du da hin? Nicht erreichbar Lenk in die Geschosse Bitte Bitte Und rein Yes Geil Ebenfalls tot Hätten wir schon mal zwei Scheiße Unsichtbarkeit Äh Hatte ich nicht mal Schrifträte Schockgriff Person festhalten Unsichtbarkeit Ähm Das ist jetzt alles eine Aktion Komm Wir gehen mal da runter Äh Kältestrahl Ich kann halt nix Nix sinnvolles Erstmal Rauchpulver Bombe Ja Ne 22 Schaden Macht er Rennende Hände Okay 13 Schaden Der hat Gezwirbelt Und der ist weg Lass mal hier reingehen Weil der andere wird Mundig auch hier reingehen Was machen wir Wir können Weißt was du kannst mal Du kannst mal Du kannst mal hier hingehen Shit Fehlschlag Komm wir gehen da rein Nice Heilung Heilung Wacht eigentlich noch nicht wirklich jemand von uns Geht auch nicht Okay Zuwenden Yes Er ist nach wie vor da hinten Vermutlich von da nicht erreichen Oder Oh doch Du für zwei Yes Nice So Richtig schön reinhauen Bitte Naja Das tut jetzt nicht so weh Also Reinhauen Hab ich gesagt Yes Gott mal Der hat nette Sachen Ja Okay Alles mitnehmen Heilen Nö Auch noch nicht Uh Da ist er So Mein Junge Du Das Wobei Hat fast Hat fast nix mehr Jo Scheiße Ja Hat nicht gereicht Dass er ganz runterkommt Das heißt nix Wir gehen Raus Kriegst du ihn Ne Schwache Genesung Heilung Migratur von Krankheit Gift und Leben Oder Blindheit Ne Blinden So Die gehen mal da hin Oh Richtig schön reinzwirbeln Seeeer Nice Wir bleiben oben Oh Du kommst hier sogar hin Let's Let's Mach mal Hä Jetzt nicht Ja Könnte Machen wir halt Den normalen Angriff Und zwar Auf ihn Yes Irgendwas bei dir Nö Scheiße Das sind Das sind mehr Untote Fuck Fuck Soll ich ihn runterstoßen Ne Äh Fernkampf Ne Ähm Drum 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 Was machen wir Aber so ein Bezaubern Wickelbilder auch nicht Lenkendes Geschoss Level 12 Auf ihn Geil Kritisch Vielgeschlagen Schild des Glaubens Auf Ihr Renten Ja aber ja klar Das jetzt alles Spurten Können sie jetzt auch nochmal angreifen Okay Gut Ähm Warte mal Ich konnte doch Könnte ich nicht Wegspringen Schall der Übelkeit Ne Ich hätte gedacht Ich hätte Wegspringen können Schade Ähm Das ist jetzt Problematisch Aber wenn ich jetzt Weggehe Prostodem Spine Kegel Aus Eis Knochenkälte Licht Zieht sich Erschlag Eismesser Da treffe ich dann Die zwei so Okay Zumindest Das hat Funktioniert Er ist weg Hab immer noch Zwei Bei mir So Du Reinspimmel Ja toll E-Schlag Soll ich denn schubsen 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 Geht eh nicht Ja Und los Ja komm Schubsen auch nochmal Geil Das hat ihm wehgetan Macht auch Sinn Wir gehen runter Wappnen Zerfleischen 22 Warf Stimmt Das bringt gar nichts Das Schild des Glaubens Nee Fuck Hat nicht ganz gereicht Okay Die Kollegen sind dran Jo Nicht so gut Hm Nee Sie kann das Super Er ist dran Heilen Noch nicht Bei dir Spalten Auch Durchbruch Der Schuss Wunde Komm Zerfleischen Okay Es gab keinen Schaden Zielpunkt Nicht erreichbar Scheiße Kann jetzt nicht alle Irgendwie wegmachen Hier Ne Abbild Beschwören Wunden Heilen Stufe 2 Ich probier's mal Das war Das war Nix Das hat auch nix gebracht Oh scheiße Sehr schlecht Sehr schlecht Äh Eventuell müssen wir da rüber und mal helfen So Hm Bei dreifach die Sprungweite einer Kreatur Kann ich da rüber Das ist ne Achso das ist ne Aktion Äh Kriegst du mich Okay das hat Kolfen Wir gehen runter Shit 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 Und dann ist er dran Heilen glaube ich auch noch nicht Äh Was ist los Geht schon Und weg mit dir So Ähm Wir haben ein Problem Person bezaubern Er lebt noch Er lebt noch Und Tote Ah Okay Er geht weg Tu dich mal selber heilen Und Das geht nicht mehr Okay Soll man Soll man helfen Wir müssen eigentlich helfen Ja Sehr gut Und Oder mit dir Fuck Viel geschlagen 26 Das geht noch Ähm Ist ja auch ne Aktion Geil Ist tot Alles mitnehmen Und zu Bänden Ähm Dum 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 Muss das eigentlich Riskieren Ja ich weiß Okay sehr gut Heilen auf Mich selber Wir brauchen Trank Ganz dringend Und ich hab keine Aktionspunkte Aber ich kann hier weggehen Immerhin Ja Im Nachteil Ziel ist zu nah Ja Ja dann Machen wir halt Bis hier Sehr gut Wir enden Kriegst du den von der Ferne Mit der Armbrust Ja Komm Ach man Das wäre doch gar nicht mehr so schwierig gewesen Okay Einmal Laufhausen Finally Okay Das war jetzt ein kleines Massaker hier Geil 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 Ah warte mal Den haben wir ja schon Das auch Dann können wir eigentlich Ganz nach unten Beziehungsweise Wir könnten jetzt Oh geil Levelaufstieg Wir könnten jetzt mal schauen Was wir da alles für Gutes gekriegt haben Äh Das ist nicht neu Zum da Wenn du einen Gegner verbrennst Du hältst Zwei Züge lang Hitze Was habe ich da jetzt Warte Bei einem Nachkommen Bewirkst du möglicherweise Nahlos von einzig Auf der Angriff Das ist das Ziel Verbrennst Weißt du was Das mit dem Verbrennen Gebe ich mal dir Ähm Entschuldigung Versen zusammen klicken Klassenaktion Ne Schild hat Eh keiner Von dem her Passt das 1 bis 10 Hiebschaden Zweihändig 2 bis 12 Was machst du 3 bis 12 War nicht klar Das ist etwas was zum Verscherbeln Und ansonsten Nix interessantes Was haben wir hier Ritualarxt 0 bis 5 Nö Kriegsschild Des absoluten Nö Nebenschritt Beschwerungszauber Alles Klar Lassen wir auch mal Okay Ich glaube das war's Dann Stufenaufstieg Kicken wir mal Hat sich schon mal Dafür gelohnt Oh geil 55 Ja Nice Okay Unsere Wenigkeit 32 Immerhin Und Neuen Zauber Oh geil Was haben wir denn da so Gegen Zauber Bringt den Zauber eines anderen Kreaturen zum Scheitern Der Zauber darf höchstens Um dritten gerade sein Ist der gerade höher Tageslicht Jetzt habe ich den Geschenk Damit erleuchtet Wie die Sonne Furcht Projiziert so Entschrecklich Geistlos Dass Ziele Fallen lassen Was erhalten Und furchtsam werden Es sind dann Einfacher zu treffen Und können sich nicht bewegen Okay Feuerball Oh Ja Das klingt geil Großer Flug Gasförmige Gestalt Aber dich oder ein Verbündeter Eine witzige Gaskette Die nicht fallen kann Und durch kleine Öffnungen Passt Na Passt Nö Blitz Hm Schneesturm Hm Ich finde Feuerball ist geil Das brauchen wir Okay Okay Bleibt nur noch einer Oder eine Besser gesagt Nice Okay Ne Da Ist immer noch vergessen Das geht ja gar nicht Cool Denn Mädels Würde ich sagen Einmal eine Short West Sehr gut Und Alle wieder zusammen Und runter Beziehungsweise Ich möchte mich eigentlich Selber wieder steuern Könnten wir jetzt eigentlich Noch was Stehen Hier Habe ich aber ja eh Nix interessantes Da Gut Einmal speichern Und dann machen wir Die Überfahrt Finally 14 Stunden In dem Spiel A vessel Wobbles On the lakes Murky Waters Ah Der sieht so geil aus Mit dem Umhang So Aber den Part Kennen wir ja schon Wir gehen mal zu dem Wo uns die anderen Da wieder treffen Da sind sie Ach Wir bringen nur Stiefel Einschüchtern Im Namen des Absoluten Ihr werdet mich passieren lassen Täuschen Ich fürchte Gecks tot Ähm Nein 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 Wir müssen ja mit dem König noch reden Ah Die habe ich ganz vergessen Okay Das Gespräch muss warten Wir müssen da nochmal zurück Wir müssen zum König Ah Ich Ich bin so Eine Pflaume So hätte ich ja den ganzen Kampf umsonst gemacht Ah Gut Ich hätte ja auch wieder Zurückreisen können Aber ich will natürlich Die Gutes haben Für den Kampf hier unten Lass mir doch die Belohnung Nicht hingehen Komm 100% Du schaffst das Gut Dann werden wir wieder Also Echsenmeister war eigentlich Noch ganz geil Ja Ja und sorry Dass du da Gestorben bist Aber halt gerade Direkt auf dich Achso Beziehungsweise Können wir schnell reisen Das wäre vielleicht Schneller Äh Das ist ja der Oberchief Oh Sie liegt eben noch da So Mal sehen Es greets you With a harrowing Elegy Cheerless As the new moon The music Shifts Still melancholic But now Streaked With hope Do you hear Do you hear A new harmony Serenity I name you Peace Springer Das ist vielleicht nicht Gott so passend Do you hear The doors waft through the air Die Dwergar Blight, aber nicht der Grund. In deinem Gehirn, Spore zeigt dir einen Drow, gegen Mykonet, die deaden. Näher. Er hat uns geholfen. Geholfen ihn in turn. Bring me his head. And I will know my circle is safe. Ich weiß ja nicht. Ah ja. War nicht halt, ne? Also wäre Rückkehr tatsächlich eine Option gewesen. Und... Oh, genau. Krieg ich jetzt meine Beluno? Ähm... Besiege die Drow, Eindringer, ja. Ah ja, ich suche doch das... Hm. Okay. So, red ich mir, komm mal an den Trim. Töten hier. Dann wird schon das da oben sein. Okay. Wir gehen mal. Ach da! Ah! Also weh, du machst da irgendeinen Blödsinn mit mir. Ja, da war das die Vision mit diesen... Mit diesen Ranken da. Guuuut. Guuuut. Oh! Okay. Drow Gift. Guuuut. Alles klar. Brostiges Metall. Nehmen wir mit. Holzhunde. Parox... Ne, das brauche ich eigentlich nicht. Ach komm. Nehmen wir alles mit. So. Verfallene Tomori. Das brauchen wir nicht. Rechthasse. Große Flasche. Wo ist denn da Edelsteiden? Ne. Judesach. Was haben wir da drin? Nix. Ist das jetzt wirklich meine Belohnung hier? Alles verfault. Ja, ähm. Aber Schriftrollen. Okay. Ja. Ah, warte mal. Da ist ja auch noch ein Lutesack. Auch wieder verfault. Ne. Äh. Kann ich denn mit den... Edelsteinen irgendwas anfangen? Haupthand. Komm, wir machen das mal kaputt. Oder kann er sonst... Ne. Angriff. Okay. Dieses Splitter. Was hat der für einen Wert? Wo ist der hin? Hä? Oder ist der irgendwo hier drin? Ah, da. Mächtiges interessierte Arcan-Kultivierung-Trank. Okay, dann nehmen wir das Zeugs mal hier mit. Dann werden wir das hier mal kaputt machen. Ah, kriege ich was? Ne, natürlich nicht. Aber hier. Nice. Okay. Ähm. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen monoton hier. Ich werde das hier noch fertig machen. Und würde sagen, da werden wir die Episode hier mit beenden. Weil wir sind eh wieder über der Zeit. Und mit der nächsten... Gehen wir dann mit dem Schiff über. Und dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Und das... Ob wir ihn da töten werden... Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir sehen, wie günstig es ist. Andererseits... Und jetzt dann wieder so ist, wie mit dem ersten Lager, dass da wieder ein Haufen Leute rum sind, die uns dann auf den Keks gehen. Ja, das ist vielleicht skippen, solange wir einfach durchgehen können. Hm. Mal gucken. Lasst es euch überraschen. Wer es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann, bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brau Bucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.